Christian Gentner ist ein deutscher Fußballspieler, der seit 2010 beim Zweitligisten VfB Stuttgart unter Vertrag steht. Karriere Christian Gentner fing bereits mit drei Jahren beim TSV Beuren mit dem Fußballspielen an. Daraufhin spielte er für ein Jahr in der Jugend des VfL Kirchheim. 1999 wechselte er zum VfB Stuttgart, mit dem der Mittelfeldspieler 2003 die Deutsche A-Jugendmeisterschaft gewinnen konnte. Für die Regionalliga-Mannschaft des VfB gab er am 1. Spieltag der Regionalliga-Saison 2004-05 sein Debüt als der Flügelspieler in der 88. Minute im Spiel gegen die Sportfreunde Siegen für Dennis Berger eingewechselt wurde. Bereits im Folgespiel kam er von Beginn an zum Einsatz. Im Laufe der Saison überzeugte er durch gute Leistungen, sodass er vom damaligen VfB-Trainer Matthias Sammer in den Bundesliga-Kader berufen wurde. Dort gab er am 20. Februar 2005 sein Debüt in der Profimannschaft. Beim 1-0-Sieg gegen Hertha BSC wurde Gentner in der 83. Minute für den damaligen Torschützen Kakao eingewechselt. In der Folgesaison rückte der Mittelfeldspieler endgültig in den Profikader. Sein erstes Pflichtspieltor für den VfB Stuttgart erzielte er im Vorrundenspiel des UEFA-Pokals gegen den slowenischen Verein NK Domzale in der 89. Minute. Auf seinen ersten Liga-Treffer musste Gentner bis zum 33. Spieltag der Saison 2005-06 warten. Gegen seinen späteren Arbeitgeber VfL Wolfsburg gelang ihm der 2-1-Sieg-Treffer. Im Sommer 2006 verlängerte er seinen Vertrag beim VfB Stuttgart bis 2010. In der Saison 2006-07 wurde er in 15 Partien, die er absolvierte, 15 Mal ein- oder ausgewechselt. Am Ende dieser Spielzeit konnte er sich allerdings über den Gewinn der deutschen Meisterschaft freuen. Im Juli 2007 wurde er vom VfB Stuttgart an den VfL Wolfsburg ausgeliehen. Unter dem früheren Stuttgarter Trainer Felix Magath spielte sich der Mittelfeldspieler in den Stammkader der Wölfe. Schließlich erreichte man den UEFA-Pokal und mit Platz 5 die beste Platzierung der Wolfsburger Seitliga-Zugehörigkeit. Im August 2008 gaben die Vereine bekannt, dass Gentner endgültig nach Wolfsburg wechselte. Gentner begründete seinen Wechsel mit einer aus seiner Sicht aussichtsreicheren Perspektive. Über die Ablösesumme wurden keine offiziellen Angaben gemacht. In der Saison 2008-09 wurde Gentner zum zweiten Mal deutscher Meister. Neben Marcel Schäfer und Andrea Barzagli war er der einzige Spieler Wolfsburgs, der in allen Liga-Begegnungen zum Einsatz kam. Mit zehn Torvorlagen war er hinter Zvezdan Misimovic zweitbester Vorbereiter seiner Mannschaft. Rückkehr zum VfB Stuttgart Gentner kehrte nach Ablauf seines Vertrags in Wolfsburg am 1. Juli 2010 ablösefrei zum VfB Stuttgart zurück. Am 6. Januar 2013 einigte sich Christian Gentner mit dem VfB auf eine Vertragsverlängerung und unterschrieb einen bis Ende Juni 2016 gültigen Vertrag mit. Einer Option für ein weiteres Jahr. Nachdem sein Vorgänger Serdar Tashi am 30. August 2013 den Verein verlassen hatte, wurde Gentner von VfB-Cheftrainer Thomas Schneider zur Saison 2013 14. zum neuen Kapitän der Stuttgarter Bundesliga-Mannschaft ernannt. Im September 2004 wurde Gentner erstmals für die U20-Nationalmannschaft nominiert, für die er insgesamt 14 Spiele bestritt und drei Tore erzielte. 2005 spielte Gentner zweimal für das Team 2006 der Perspektiv-Mannschaft des DFB für die WM 2006. Am 19. Mai 2009 wurde er erstmals von Bundestrainer Joachim Löw für die Asienreise der A-Nationalmannschaft des DFB nominiert und hatte am 29. Mai seinen ersten A-Länder-Spieleinsatz in der Partie gegen China. Drei weitere Einsätze im Jahr 2009 sowie einer im August 2010 folgten. Nach 2010 wurde Gentner nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert. Titel und Erfolge Verein Deutscher Meister 2007 und 2009 DFB-Pokalfinalist 2007 und 2013 Deutscher A-Juniorenmeister 2003 Persönliche Auszeichnungen Torschütze des Monats August 2013 Wissenswertes Sein Bruder Thomas Gentner ist bei SGV Freiberg unter Vertrag. Sein älterer Bruder Mikkel Gentner ist sportlicher Leiter U11 bis U16 beim VfB Stuttgart. Untertitelung des ZDF für funk, 2017